Ich bin schon 20 Jahre auf dem Markt, verkaufen wie sie sehr italienische Waren und bin sehr zufrieden in Karlsruhe. Ich bin die ganze Woche in Karlsruhe nur auf dem Markt, das reicht mir. Ich bin fünfmal auf dem Markt und das reicht mir. Wie lange schon? In Karlsruhe bin ich schon über 15 Jahre. Was schätzen Sie am Wochenmarkt? Warum sind Sie am Wochenmarkt? Das erste Mal macht mir viel Spaß und das zweite Mal muss ich auch etwas schaffen. Klar und die Kommunikation, die Schwätzle. Also super. Das muss doch sein, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden, ich habe sehr gute Kunden, sehr zufrieden. Wunderbar, herzlichen Dank.